Servus Freunde, heute bin ich mit dem Bike unterwegs und ich bin hier in der Nähe von Hadamar bei den sieben Schmerzen, ich bin das erste mal hier, sieht total cool aus hier und jetzt schaue ich mich aber erst mal um, ist genial hier, tut mir leid wegen meiner blöden Frisur, aber der Helm. Okay, weiter geht's. Eins geopfert, zwei geflüchtet, drei verloren, vier begegnet, fünf gekreuzigt, sechs hergegeben und da oben natürlich, das ist die Nummer sieben und da steht begraben. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ist nur schade um das schöne Gebäude hier. Ich glaube, das sah mal richtig, richtig schön aus. Schade. Die ZDF, 2020 Jetzt gibt es erstmal einen warmen, schönen Kaffee, weil wenn man so eine Pause macht, wird es doch ziemlich kühl. Untertitelung des ZDF, 2020 So, und jetzt hier gerade abseits der Strecke einen Steinbruch entdeckt. Ist natürlich verlassen, aber sieht mega aus. Mal schauen. Ich bin nicht ganz so nah dran. Hier geht es natürlich gleich direkt runter. Geil. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020